Willkommen zum dritten Teil der Espresso-Bibel, als Hörbuch, das uns kurz und hoffentlich schmerzlos in nur 24 kleinen Häppchen durch das Alte und Neue Testament führt. Also, los geht's! Isaak Die wahrscheinlich bekannteste Geschichte um Abraham handelt von seinem Sohn Isaak. Als Isaak noch klein war, stellte Gott Abraham auf die Probe, indem er ihm befahl, seinen Sohn zu opfern. Früh am Morgen kam Abraham diesem Befehl nach und stieg mit Isaak zum Gipfel eines Berges hinauf. Dort fesselte Abraham seinen Sohn, erhob sein Messer und machte sich bereit, es Isaak in die Brust zu stoßen. In letzter Sekunde rief ein Engel zu Abraham, um ihn davon abzuhalten. Anstelle von Isaak diente ein Widder, der sich im Unterholz verfangen hatte, als Opfer. Abraham hatte seine Vertrauensprüfung bestanden. Im Neuen Testament wird diese Begebenheit so gedeutet, dass Abraham geglaubt hatte, Gott könne Isaak, wenn nötig, wieder zum Leben erwecken. In einer anderen großartigen Bibelgeschichte wird später berichtet, wie Abraham einen Knecht ausschickt, um eine gottesfürchtige Frau für Isaak zu finden. Er bittet um ein eindeutiges Zeichen und der Diener bringt schließlich Rebecca mit nach Hause. Als Isaak sich später mit einem feindlichen König konfrontiert sieht, der sich für seine Frau interessiert, reagiert er genau wie sein Vater. Er behauptet, sie sei seine Schwester und lässt sie mit dem König gehen. Als der König aber zufällig zum Fenster hinausschaut und sieht, wie Isaak und Rebecca miteinander schmusen, kann er sich schnell zusammenreimen, dass etwas nicht stimmt. Der Konflikt konnte jedoch friedlich gelöst werden und später bekamen Isaak und Rebecca Zwillinge, Jakob und Esau. Jakob. Man kann sich wohl kaum unterschiedlichere Zwillinge als Jakob und Esau vorstellen. Jakob war ein zurückgezogener Mann, der bei den Zelten blieb. Esau hingegen war der ganze Stolz seines Vaters, ein tüchtiger Jäger, ein Mann der Steppe. Als ältesten Sohn hätte Esau das Erstgeburtsrecht zukommen sollen, also alle Privilegien und Vorteile, die der älteste männliche Nachkomme einer Familie normalerweise genießt. Aber je nachdem, wie man die Bibel interpretiert, war Jakob entweder ein egoistischer und gerissener Betrüger oder ein meisterhafter und überaus gewitzter Geschäftsmann. Schon als sie geboren wurden, hielt sich Jakob mit der Hand an Esaus Ferse fest. Erst nutzte er einen von Esaus verletzlichen Momenten aus und luchste ihm das Erstgeburtsrecht ab. Später dann, als Isaac seinem älteren Sohn den offiziellen Segen erteilen wollte, heckten Jakob und Rebekah einen raffinierten Plan aus, mit dem sie den blinden Vater der Zwillinge hinters Licht führten, damit er Jakob segnete. Jakob musste daraufhin von zu Hause fliehen, um Esaus Zorn zu entgehen. In den zwanzig Jahren, die Jakob von zu Hause weg war, hatte er einen prophetischen Traum von einer Leiter, die in den Himmel führte, nahm sich zwei Frauen, bekam zwölf Söhne und eine Tochter und legte sich große Viehherden zu, während er für Rebekkas Bruder Laban arbeitete. Als sich Jakob auf seine Heimkehr und die Begegnung mit Esau vorbereitete, kämpfte er eine Nacht lang mit einem Fremden. Wie sich herausstellte, war der Fremde niemand anderes als Gott selbst. An dieser Stelle änderte Gott Jakobs Namen in Israel, was so viel bedeutet wie er kämpft mit Gott. Aus Jakobs Söhnen sollten im Wesentlichen die zwölf Stämme Israels oder zusammengenommen das Volk der Israeliten hervorgehen. Nach zwanzig Jahren hatte Esau Jakob verziehen und die beiden versöhnten sich friedlich miteinander. Das war auch schon der dritte Teil der Espresso-Bibel. Beim nächsten Mal erfahren wir, warum Gott es einfach zulässt, dass ein armer junger Mann von seinen eigenen Brüdern auf brutalste Art und Weise fast umgebracht wird. Also, bis zum nächsten Mal.